Der FC Bayern. Abflug am Münchner Flughafen. Doch es geht nicht zu einem Champions-League-Auswärtsspiel, sondern Pep Guardiola fliegt mit seinem Team in die USA. New York und Portland, zwei Stationen in Amerika, stehen auf dem Programm. Mit dabei natürlich auch Neuzugang Robert Lewandowski, der bereits vier Tore in drei Spielen für die Roten erzielt hat. Die deutschen Nationalspieler, so wie Arjen Robben und Dante, fliegen erst am 6. August nach Portland. Von daher stockte der Rekordmeister das Team um Franck Ribéry mit Spielern der U19 auf. So also mit dabei Lucas Scholl und Gianluca Gaudino, die bereits beim Telekom Cup erste Profiluft schnuppern durften. Für Julian Green wird der Trip in die USA ein Heimspiel. Der in Florida geborene Amerikaner erzielte bei der Weltmeisterschaft einen Treffer für die US-Boys und will sich jetzt auch bei den Bayern durchsetzen. Das ganze Team freut sich auf die Reise in die USA. Maskottchen Bernie schien kurz vor dem Abflug sogar richtig aufgeregt zu sein. Er zog seine Hose am Münchner Flughafen falschrum an. Und Robert Lewandowski vergaß sogar, das Etikett an seiner Tasche zu entfernen. Doch solange er weiterhin erfolgreich auf Torejagd geht, interessiert das wohl niemanden. Robert, eine Prognose, wie viele Tore wirst du jetzt schießen? Ja. Hahaha. 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 Hahaha.